hallo und herzlich willkommen zum awesome guide heute dreht sich alles um doomfist so doomfist ist ein charakter zum fisten das sagt der name schon doomfist so also zur attacken er hat einmal vier schüsse vier schüsse diese laden automatisch nach dann hat er mit rechtsklick einen aufladbaren schlag zu püsten das muss man auch dabei sein weil sonst ist das nicht richtig weil sonst schlägt er nicht richtig ich bin doch gar nicht fertig mit erklären das kann uns eigentlich mit shift gibt es ja so ein uppercut und dann gleitet er so langsam rund was habe ich noch eben macht ihr einen schlag auf den boden und dann weiß ich was passiert da wird das wird schon größer aber beim du bist geht es darum war aber hallo ja du bist okay da man muss natürlich auch von der seite kommen heimlich wie ein tiger von der seite um alles zu zaffeln komm guck noch mal das ist doof das ist doof BAM NINE FACK jetzt wird doch die attacke weiter was knapp waaann du fest wow das ist awesome okay verkackt okay verkackt du fest zack jetzt hat er mich geholt okay hast du aber gesehen aufpassen reingehen da sein ganz einfach zack easy das ist die sache okay oh 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 das ist schlecht pine nein nein na du Urzel ne I Ich beschütze Sprung überhaupt nicht null probleme durchschreitet die da hast du keine chance zack du bist du bist was so die zerfestung das gut die zerfestung das gefällt alarm alarm zack zerfestung it was at this moment that he knew he fucked up das fand ich jetzt aber nicht so geil wo ist er denn ich bin geflogen du fest nein so das hat dumm fest gar nicht dumm fest hat so hat so hat so so dinge hallo meine lieben in diesem video zeige ich euch mal everyday make up routine also mein alltags make up das make up was ich in praktisch all meinen youtube videos trage du fest dumm fest Nein! Was? Irgendwie riecht es hier nur ein Nutella Das habe ich nicht lange genug gedrückt Oh lol Was? Zack! Die hat gespielt, die hat verloren Hello guys, I'm Doomfist What's going on? I'm fisting your mother Da war das Ich habe hier gefistet Wo ist er? Gefistet! Doomfist! ZACK! Doomfist gefistet! ZACK! Doomfist gefistet! Double Doomfist kill Okay ZACK! , Es зüt ihr? Nein Es wird Zeus Zack, Junge! Gefistet! Weil ich dumm fest bin! Ah! Zack! Dummfest ist wie ein Tiger! Dummfest, den musst du spielen wie einen Tiger! Der pirscht sich langsam an seine Beute ran und dann schlägt er zu! Kann sein! Sieg! Dummfest! OP! Ja! Ich hab noch gekillt! Seht ihr das? Seht ihr das da oben in der Ecke? Dummfest tötet Dummfest! OP wegen Kriegsbemalung!